Ja hallo und herzlich willkommen bei den drei Herren vom Film. Hallo. Das ist Snowy, der kleine Eisbär, das ist der Björn, das ist der Thorsten und ich bin der Barco. Ja hallo. Hallo Thorsten und ich bin der Björn. Ja ihr seid auf einer schönen Film-Community-Seite gelandet. Wenn ihr jetzt ein bisschen runterscrollt, könnt ihr unsere ganzen... Bleibt hier oben, sonst sehen wir uns. Genau, so sehen wir uns. Gleich, wenn wir fertig sind, dann könnt ihr runterscrollen. Da könnt ihr so ein paar Rubriken sehen, da seht ihr zum Beispiel Einblicke in die jeweiligen Sammlungen von uns dreien, unsere Filmsammlungen. Wir haben eine Special-Rubrik, wo wir verschiedene Sachen drin haben. Da haben wir eine Review-Rubrik, die im Moment nicht so oft gefüllt wird, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten noch. Da haben wir ein bisschen weniger in letzter Zeit gemacht. Wir haben die Herren-Talk-Runde, wo wir uns über diverse Sachen... Ja? Es gibt auch irgendwo... Es gibt da was mit Kriegsfilmen versteckt. In allen anderen, wo wir sind, sind Kriegsfilme versteckt. Ganz wenige, ganz wenige. So fünfeinhalb Stunden ungefähr. Da kann man mal gucken. Also jeder, der sich für Kriegsfilme interessiert, kann mal suchen. Irgendwo sind die da versteckt. Ja. Und, wenn ich dir jetzt Wort fallen darf, dann haben wir ja noch die ganz wichtigen Kategorien bei uns. Ich pack aus, er pack aus, du packst aus, wir packen aus, wir packen aus, ihr packt aus, ihr packt aus, ich pack alle aus. Also, da gibt es noch die schönen Unpacking-Videos, die uns auch immer sehr aufs Spaß haben. Und auf Tour? Auf Tour müssen wir noch gehen, definitiv. Seht ihr jetzt noch nicht, weil da noch kein Videomaterial zu entsteht. Und wie wollt das noch? Das ist unter Special. Das ist ja nur ein Neujahrs-Special. Aber das wird auch demnächst online gehen mit Sicherheit, weil, ja, wir müssen wir dann noch auf Tour gehen. Genau. Wir haben noch ein paar Kostetoren. Ja, da wolltest du auch schon ein Video machen. Also, ihr seht, wir sind total bekloppt. Wir haben alle an der Pfanne und das ist ein total crazy Filmkanal hier. Und wir würden uns freuen, wenn ihr öfters reinschaut, uns Kommentare da lässt, uns liked, uns weiterempfehlt, uns abonniert. Und, ne, da sind die ganzen Rubriken. Ihr könnt auch dann die, hier können sie... Da, da müsst ihr den abonnieren-Button und so weiter und so fort. Viel Spaß bei den drei Herren vom Film. Viel Spaß beim Stöbern. Wir drehen weiter fleißig Videos. Snowy sagt Tschüss, wir sagen Tschüss. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.